hallo leute das wird der stefan von autarkimga wie beginnt man das neue jahr am besten klar man geht mit drei youtube und instagram kollegen raus im wald macht einen oberneiter logischer weise ich habe mir dazu die hängematte mitgenommen ich wollte eben testen meine klimit statik v hammock isolated und habe hier quasi im selbsttest gemacht dass es allerdings dann minus 6 grad in der nacht hatte damit habe ich nicht gerechnet und wenn ihr wissen wollt was wir so erlebt haben und ob es mich dann gefroren oder ob die hängematten das geld wert ist bleibt es einfach dran ich habe mehrere youtuber beieinander sind kann es kein meter gehen ohne dass irgendjemand irgendetwas filmt so und er bieselt doch gerade Nein, er filmt. Ist das Schlimme, wenn du YouTube machst, die bleiben ständig stehen. Das war die Frage, die YouTube war ja. So, ich habe jetzt hier mein Setup aufgebaut, ihr seht die Amazonas Hängematten. Das Highlander Bascha, das fast ein bisschen zu klein ist für die Hängematten leider. Und ihr seht hier nochmal mein Climate, je nachdem, der quasi hier den Undercilt ersetzen soll. Und ich bin gespannt, ob das heute funktioniert. Ansonsten wird das wahrscheinlich eine ziemlich kalte Nacht werden. Aber eher wird das 4,4, das heißt bis minus 12 Grad. Und wir werden einfach mal schauen, was passiert. Ja, ich bin einmal gespannt drauf. Aber ich gebe Ihnen guter Dinge, weil ich habe ja kein Undercilt oder sonst was, sondern das ist der Ersatz, die Hängematten ist quasi der Ersatz für den Undercilt. Und die hat eben hier diese Flügel. Und das ist eben der riesen Vorteil gegenüber dem, wenn ich normal in der Hängematten drin lege. Dann bin ich hier immer mit meinem Arm dort. Und deswegen habe ich hier, und das gleiche wäre auch unten für die Beine. Das heißt dort, wo ich quasi normal an der Hängematten anliegen würde, da habe ich eben den Vorteil, habe ich hier diese Isolierung. Und da ist so eine ähnliche Isolierung wie das Skiloft drin, von Carinthia. Also das ist wie so eine Art Schlafsack, aber durch das, dass es nicht zusammendrückt, weil hier ja Luft drin ist, das ist eben der große Vorteil an der ganzen Geschichte. Darum soll das relativ warm sein. Bis jetzt nur am Balkon getestet und heute mal der Extremtest. Das werde jetzt so minus drei, minus vier Grad haben in der Nacht. Ich bin gespannt. So, so ist das fertige Stück dann drin. Und ihr seht, der große Vorteil, das sind einfach diese vier Flossen. Ich hoffe, man kann es sehen. Weil wenn ich hier drin lege, dann drückt es mir halt hier einen Schlafsack nicht zusammen, weil eben das noch dazwischen ist. Beziehungsweise das ist selber Isolierung noch mal. Und ich sehe natürlich ein bisschen viel schönen Platz, das ich habe. Also das schaut jetzt fast optisch so aus, als könnte ich da zu zweit drin schlafen. Dann wollen wir mal schauen, was die Kameraden so aufgebaut haben. Also hier bin ich beim Bernd von Wandern. Autobuschkraft. Das werde ich nie lernen. Schlimmer Mann, schlimmer Mann. Ja, der hat sich jetzt hier quasi noch mal ein Taub drüber aufgebaut. Das schaut richtig heimlich aus. Ja. Ganz gemütlich. Und scheinbar gibt es da schon Nachmittagskaffee. Oh, muss ich mich schicken. Action. Ja, ist der Carinthia Biwak, sagt der Observer Plus. Aber noch nicht fertig, ist noch nichts drin. Da kommt jetzt bloß meine X-Bit UL Isomatte rein. Darunter dann die Satellite. Die habe ich ja zum Sitzen so als Backup. Und dann Defense 4 mit Swagman Roll als Inlet. Oh, da bin ich ja gespannt. Also das reicht in der Regel. Ja, ja. Und beim Observer kann man da vorne gleich wieder aufmachen, gell? Dass man rausfahren kann. Ja, aufmachen. Kannst du es hier auch ein bisschen festziehen, dass es nicht so labrig ist, wenn es windig ist. Das macht total Sinn. Oh, okay. Das ist richtig schön. Und da habe ich immer offen. Wegen der Luftzimmer. Wegen der Luftzimmer, ja. Und da kannst du nachschauen auch, wenn es war. Ja. Dann kommen wir natürlich hier zum Sven vom Meister aller Hängematten. Von Amazonas. Der hat das Ultraleit Wing Tarp dabei. Das man hier quasi so zumachen kann, damit es nicht am Wind reingeht. Also. Erklär mal mit diesem Wing Tarp da, wie das genau funktioniert. Weil ich finde das ganz cool. Im Gegensatz zum normalen Tarp. Naja, du bist halt relativ variabel mit den Flaps, ne. Die sind lang geschnitten. Das heißt, du hast immer eine kleine Öffnung drin. Was aber einfach Sinn macht. Weil wenn man das Tarp komplett zubaut, hast du halt Kondenswesau. Hast aber hier die Möglichkeit, wenn man jetzt die Seiten einfach steiler abspannt. Dann kriegst du die ja wirklich übereinander gezogen. Also da hast du deswegen hier zwei verschiedene Abspannungen. Kannst die prinzipiell auch an dem gleichen Abspannpunkt festmachen wie die Außenseiten. Das heißt, minimal Aufbau kriegst du mit vier Heringen auch hin. Und kannst die dann halt übereinander ziehen. Ich habe sie gerne ein bisschen offen, dass halt ein bisschen Durchlüftung da ist. Damit es weniger Kondens hat. Und dann auf der anderen Seite kannst du mal rumgehen. Schauen wir mal. Undercilt? Genau. Undercilt kommt dann eben noch drunter. Hänge ich aber immer erst auf, bevor ich schlafen gehe. Weil der halt einfach Feuchtigkeit zieht. Es ist relativ feucht. Deswegen lasse ich Schlafsack und Undercilt eigentlich im Packsack drin. Gut geht die. Und hänge das erst auf, wenn ich wirklich pennen gehe. Außerdem habe ich den Poncho Undercilt dabei. Das heißt, wenn es heute Abend ein bisschen kalt wird beim am Feuer sitzen oder halt auch ohne Feuer, werde ich halt elegant in meinem Thermofon schon da sitzen. Das Ding ist dann richtig warm. Mhm. Cool. Jetzt kommt der große Test für das neue Wolfgangsnässer, was ich habe. Was sagt? Ich nehme es bis zum Batonieren her. Geht bis jetzt wie Sau, muss ich sagen. Ich habe einen seltener Anblick. Was? Sven, bei der Arbeit. Bei der Arbeit gibt es eigentlich nicht. Ich glaube schon. War mit dem Wolfgangs Feuerstahl, ging es super. Jetzt mit seinem eigenen. Light my fire. Light my fire. Light my fire ist... Light nix fire. Ja, da light nix mehr. Make my day. Ja genau. Schau dir das an. Immer dein nochmal wichtig. So und jetzt probieren wir es nochmal. Warte. Dauert immer ein bissel. Du musst die richtige Stell, weil der ist noch nicht komplett abkratzt. Ja. Was man hier am Wolfgangs Schie sieht, dass die Funken einfach länger bleiben. Wenn man es bei seinem Light my fire. Das hat man jetzt gesehen. Also von dem her ein sehr guter Feuerstahl. Da wissen wir das auch schon. Der Wald brennt. Und hier habe ich dann auch von der Firma Klimit bekommen. Ein kleines Kissen zum drauf sitzen. Wiegt nur ein bisschen. Ganz wenig. Die liebe Geschenkemann. Und ist natürlich von dem her super zum drauf sitzen. Das ist echt bequem. Und ob es jetzt die Kälte auch noch schützt. Da bin ich jetzt mal gespannt. R-Wert ist 1,1. Mal schauen. So. Ich weiß noch nicht. So haben wir noch ein bisschen Kontakt. Der hat halt auch ein Kreuz von mir, dass er immer zeigen will und vergisst es jedes Mal. So. Jetzt machen wir gleich einen kleinen Kuchen. Mal sagen. Das funktioniert richtig gut. Das Teil. Also bin echt begeistert von dem. Mit der Isolierung ausgenommen ist natürlich heute bei dem ein Kälte super. So. Jetzt gibt es eine Mango Kälte aus dem englischen EPA. So schaut das Ding aus. Ich bin echt mal gespannt wie das Teil schmeckt. Das machen wir im Wasserbad an. Mhm. Gar nicht mal schlecht. Mal sagen. Und bin jetzt mal positiv überrascht. Ich koche also gerade auf dem neuen Teil, das hier von Heil in der jetzt mit dazu geliefert wird. Das seht ihr also hier. Und da kann man wunderbar die Pfanne jetzt drauf stellen. Das ging nämlich mit dem alten nicht. Und so habe ich natürlich jetzt auch meinen Gaskocher wunderbar herzunehmen für die Pfanne. Das ist echt cool. So. Heute gibt es ein lecker Geröstl. Zuerst werden wir mal die Salami und die Schinken abbraten. Da gibt es die Zwiebeln noch mit rein. Mhhh. Lecker. So. Jetzt gibt es noch Bratzartoffeln dazu. Alle haben wir hier gerade am kochen. Hier gibt es also Nürnberger Bratwurstlaufen oben gemacht. Geile Idee. Für die Trankia. Coole Idee. Ach da ist der Trankia drin. Ja. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Also ich weiß nicht, wie man es hier sieht. Aber hier ist schon Ralf drum. Wie gesagt, 7 Uhr abends. Und ich teste heute in der Isum auch in der Hängematte zu flachen. Halleluja. Ich bin nicht neugierig. Wir hören gerade Hundegebell hier mitten in der Nacht, das sich langsam nähert. Aber keiner weiß warum. Wir haben mal das Feuer ausgemacht. Und haben wir am Tannen oder so. Tja. Hallo Leute. Und hier ist es auch in der Hängematte. So. Nach dem ganzen Hundegebell hat uns das jetzt genervt. Deswegen haben wir jetzt in die Haar gegangen. Ich liege jetzt hier quasi auf meiner Klimi mit Isumatte und teste die jetzt bei minus 3-4 Grad. Müsste es momentan haben. Und bin einmal gespannt was rauskommt. Und ich habe meinen Elite 4 Schlafsack jetzt mitgenommen, weil mir gedacht hat, der Elite 2 ist bei minus 4 Grad, grad zwar wahrscheinlich zu kalt. Mal schauen, wie die Nacht wird. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen, da habe ich wirklich hier schön an der Seite diese Fliegerl, so dass ich hier mit meinem Arm oder mit meinem Schlafsack nicht direkt an dem ausstoße. Und auf der anderen Seite ist das Gleiche. Und bei den Füßen habe ich das Gleiche unten. Und so wäre quasi der Schlafsack zwar zusammendruckt, aber ich habe dann hier als Isolierung die Isomatte und dadurch soll es mich nicht frühen. Und das testen wir jetzt. So, es ist jetzt 4 Uhr morgens, ich musste gerade mal kurz raus und es ist arschkalt draußen. Es hat also minus 5 Grad und es ist so richtig feuchte Kälte da drin, weil der Wald so feucht ist. Und ich wollte euch mein erstes Fazit geben zu der Klimit. Und ich muss sagen, richtig geil. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist richtig warm da drin, also die isoliert genauso gut wie auf dem Boden. Ich friert es gar nicht. Meine Elite 4 tut seinen Rest. Es ist richtig bequem. Waren es gerade 5 Minuten draußen, weil mir die Sterne angeschaut hat. Aber dass das Häls gar nicht auch so kalt ist. Und da drin ist es eigentlich richtig gemütlich. Bis auf die Nase. Die wäre kalt. So, und jetzt war ich weiter schlafen. Früh am Morgen kurz vor Sonne hinaufgekommen. Alles erwacht langsam wieder. Also immer cool. Das hat geschneit bei mir. Das ist der Rauhreifscher einfach Wahnsinn. Man merkt, das war doch ziemlich kalt. So, hier geht es schon ans Abbahn. Schön langsam. Ist doch arschkalt. So, hier geht es schon. So Leute, war wieder ein cooler Obernäuter mit den Jungs. Hat echt Spaß gemacht. Es war arschkalt. Wir hatten wirklich in der Nacht, also am Morgen hat man noch minus 6 Grad. Also wird es in der Nacht vielleicht sogar minus 7, minus 6 irgendwas gehabt haben. Für das, dass ich in der Hängematten geschlafen habe, muss ich echt sagen. Also die Klimit, Respekt, mit den Flügel an der Seite ist richtig warm. Also das war echt ein Highlight. Wo es ein bisschen kalt war, das war, weil ich jetzt ein kleines Taub dabei gehabt habe. Und der Wind natürlich dann gegangen ist. Das war dann ein bisschen in die Zehren. Aber ansonsten muss ich echt sagen, super. Also für minus 6 Grad in der Hängematten bin ich echt positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht. So, wenn ihr noch Fragen zu den Ganzen habt, die Kanäle von den Jungs verlinke ich euch unten. Und wenn ihr sonst Fragen habt, haut es uns in die Kommentare oder schreibt es mir eine E-Mail. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Führt euch bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outer Kimga. Führt euch.